Hallo, ich bin Hajo. Ich bin Mitglied im Präsidium des Landesbezirksstandes Nordrhein-Westfalen von Verdi. Hallo, ich bin Gaby Schmitz, die Landesbezirksleiterin von Verdi NRW. Am Wochenende, 28. und 29. Juni, findet der Bundesparteitag der AfD hier in Nordrhein-Westfalen in Essen statt. Und wir rufen alle gemeinsam auf, mit uns an dem Tag unterwegs zu sein. Ich habe für mich entschieden, mich zu widersetzen. Ich möchte den Faschisten in den Raum nehmen. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch andere Akteure aus der Zivilgesellschaft sich mit mir widersetzen. Wir rufen als Verdi NRW alle Kolleginnen und Kollegen, aber auch alle Bürger und Bürgerinnen auf, sich zu widersetzen an diesem Tag. Der Aufruf geht aber auch in die ganze Bundesrepublik. Alle Verdi-Landesbezirke haben ihn bekommen, der Verdi-Bundesvorstand. Und wir hoffen, dass wir wirklich eine riesengroße Teilnehmerzahl kriegen, die sich mit uns gemeinsam der AfD widersetzen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch sehen. Bis in Essen.